Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Hallo zusammen, heute mal die Degusta Box Kult. Kult, 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 Kult Sievers, keine Ahnung. Ja, lassen wir mal gucken. Genau, wir haben da ja schon was vorbereitet. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich nehme den Schuss. Schmeißen wir auf den Boden. Da kann es nicht gehen. Die Werbung habe ich weggetan. Und dann machen wir auf. Das ist geil. Schaut mal, eigentlich ist es gefroren. Warmer. Nicht mal ein bisschen minimal. Aber ich nenne es jetzt nicht mehr wirklich kalt. Geil. Hammer. Wir haben so keine coolen Box. Ein Punkt Abzug, Thomas. Ein Punkt Abzug. So, fangen wir hier mit unserem Mittagessen an. Endori. Veggie Schnitzel. Veggie. 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 Veggie Schnitzel. Veggie. Irgendwie so. So, aber haben wir ja gelernt bei deinem letzten Brot. Mal Faltbar jetzt davon zu gucken, ne? Wir machen zwei Verpackungen. Drennbar. Steht dann haltbar da, da und drauf. Da muss ja noch drauf stehen. Mindestens haltbar bis siehe Seite. H-O-U-2. 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 Ach, ich denke mal hier. Stimmt. Aber da steht nichts. Auf dem weißen. Steht aber nichts. Geil. Der Kühler. The next one. The next one. Ach, haben wir auch schon mal. Von Mev. Wie heißt es nochmal? Mevgal? Mevgal? Mevgal. Original griechischer Sahnijoghurt. Laktosefrei. Halbbar bis 28. Stimmt. Die nicht laktosefreie Version haben wir auch noch im Kühlschrank, ne? Stimmt, ja. Das hatte man letztens auch in der Box. Ich weiß nicht mehr in welcher. Hey, die Idee ist schon. Also hier ist kalt nichts. Ne. Hier ist auch nichts kalt. Aber da ist eher eine warme Box. Ja, also nichts mit Kaltbox. Die Gusta, so geht das aber nicht, ne? Aber vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht hat der HL lange gebraucht. Dr. Oetker, High Protein Pudding. Das nächste auch. Nicht geproben. Soltet Caramel Style. Soltet. Soltet Caramel Style. Soltet Caramel. Soltet Caramel. Soltet Caramel. Oh, die mag ich doch so gerne. Soltet Caramel. Oh, hier. Erstmal. Hast du irgendwie... Milka! Zerstört die Packung der Mann? Bist du eins probieren? Nee. Schoko Snack Minis. Würdest du eins probieren? Ich hab's ja. Aufgemacht. Soltet Caramel. Obwohl, dann gib mir doch mal eins. Dann können wir eins halber. Halber. Schöne auch mal. Wenn ich die überhaupt... Wenn ich die... Wenn ich das überhaupt teilen will... Soltet Caramel. Sechster Erster. Soltet Caramel. Soltet Caramel. Sechster Erster. So schaut das aus. Komm leider nicht näher dran. Schau aus wie ein Keks, ne? Mhm. Und so von... Ja, wie so ein Milkywee... äh... Ne, Pinguin. So. Mhm. Aber voll warm. Aber nicht kalt, ne? Nix kalt. Mhm. Von Hertha. Plus malere Geflügelfleisch. Plus Spinat. Hähnchenfleisch. 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 Wann hab ich denn gesagt? Geflügelfleisch. Geflügel. Ist doch... Hähnchen ist doch... Ja, aber da steht Hähnchenfleisch. Mit Spinat. Spinat und Knoblauch verfeindet. Oh, das hört sich interessant an. Hähnchenfleisch. Warte mal. Halbpack als Datum. Achja, 22. 21. Das schaffen wir mal. Das schaffen wir mal. Das schaffen wir mal. So, Back und... Ah, nee, Leder. Leder. Brat... Brat und Back. Knusprig. Perfekt zum Grillen. Eine gute Grill-Saison. Ist da jetzt eigentlich schon vorbei, ne? Ja. Aber gut. Ist das für mich? Du magst doch nicht. Ist das für mich du magst? Ja, aber Knack und Back, die sind immer gut, ne? Ja, Hammer. Geil. Können wir noch etwas machen. Mini-Pizza-Kit. Mini-Pizza-Kit. Und wir haben auch noch die von Tante... Fanny. Tante Fanny. Können wir beide voll machen. Beide mal eine Idee, oder? Ja. Definitiv. Da ist schon so eine Tomatensurke mit dabei. Was heißt? So rum. Ne, so rum. Da kann man so sehen. Da ist so eine Tomatensurke dabei. Da bin ich neugierig drauf. Da bin ich auch drauf. Wir müssen eh noch gucken, was wir heute essen. Ja. Haben wir noch. Wir haben natürlich noch nichts gegessen. Da ist irgendwas eingepackt ist. What is that? Mega lecker. Ja, Salatwürfel, Kräuter und Oliven. Aha. Gut, Oliven ist jetzt Salatwürfel. Ja, Oliven mögen wir beide nicht. Kräuter und Oliven in Öl. Hohe Proteingehalt, ja. Ballaststoffquelle. Ja, aber da sind auch so Vierecke drin. Das ist Käse, oder? Ja. Schafskäse. Also esse ich nur den Käse. Schafskäse. Wird nur der Käse rausgegessen. Halbbar Kassade? 15.01. Nächstes Jahr. Oh. Altenburger, der grüne Altenburger. Sieht auch interessant aus. Sieht auch interessant aus. Ziegencreme, mild und rahmig. Laktosefrei. Bis zum 20.02. Haltbar. Laktosefrei. Das hört sich interessanter an. Die Packung sieht auch gut aus. Ansprechend. Ziegencreme. Aber Ziegencreme. Warten wir mal gucken. Ui. Da ist diesmal viel drin, was nichts drin ist. Mild und frisch. Mild und soft. Lack. 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 Von Sognum. Sognum? Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Lack. Das ist auch Ziegenkäse. 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 Rolle. Stimmt. Bis zum 16.11. Hört sich auch interessant an. Hört sich auch interessant an. Hört sich auch interessant an. Das nächste ist wieder was für mich. Oh. Er mag ja kein Käse. Sehr käselastig. Sehr käselastig. Protinella. Von Goldstein. Protinella. Von Goldstein. Käse nach Pasta Flatta Art. Filatta. Filatta. Ich habe ein I vergessen. Empfohlen von Fit for Fun. Fit for Fun. Und jetzt sind wir schon beim letzten. Und das letzte sieht aus sehr lecker. Oh. Oh. Das will ich auf jeden Fall probieren. Oh. Oh. Pistazienmus. Pflanzlich. Oh. Oh. Das sieht voll lecker aus. Ja. Aber Pistazien steht ja so auf Pistazien. Wir sind immer so teuer. Ja. So Mousse. Oh lecker. Das sieht voll lecker aus. Mal hol mal eins raus. Das ist zum 1.11. Aber kannst noch. Ja. Hol mal eins raus. Kannst noch. Na unten Schoko. Unten Schoko. Oben Pistazien. Oh. Das sieht voll lecker aus. Aber weißt du was sein kann? Die Box stand ja bei DHL. fällt mir gerade ein. Lange auf Ankündigung. Das weiß ich nicht. Die stand sehr lange auf Ankündigung. Muss ich sagen. Und DHL vielleicht so lange gebraucht hat. Ja. Aber wenn die so lange auf Ankündigung steht. Dann haben die das doch schon angemeldet. Aber nicht abholen lassen. Abgeholt wurden. Nicht abholen lassen. Ja. Also Degusta. Da lernen wir noch viel draus. Oh ja. Es ist das erste Mal. Dass wir wirklich. Ja. Aber es ist schon ärgerlich. Ach ne. Das hast du. Ich hab das gerade gesucht. Also ist es nicht so hervorragend gelaufen. Ja. Treffer. So. Was gab es denn für Alternativen? Für den Leerdammer. Den Leerdammer. Brat- und Backtaler. Gab es mit leckerer Knusper- oder Kürbiskernkräuterkruste? Gut. Dann ist die andere. Knusper- und Kruste. Und dann die Knusper- und Kruste. So. Von Rücker. Die Vega lecker Salatwürfel. Mal gucken. Was gab es denn hier? Dann haben wir die Vega lecker Salatwürfel. Haben wir. Ja. Ich muss hier gerade mal gucken. Hm. Salatwürfel fixen. Ja. Das sind wohl alles Salatwürfel. Okay. Zeig mal die Verpackung. Die Verpackung. Kräuter und Olive. Kann ich leider nicht erkennen. Egal. Steht hier die zwei. Was die anderen sind. Ich weiß nur. Das andere. Bei dem anderen. Ist das grün. Das ist auch das Lieder ist. So. Dann. Von der grünen Altenburger Ziegencreme. Da haben wir welche Version? Wir haben die Ziegencreme. Mild und Ramek. Okay. Was gibt es noch? Mild und Ramek. Mild und Ramek. Mild und Ramek. Ah. In den Sorten Natur und Kräuter. Das heißt wir haben Natur. Wir haben Natur. Mild und Ramek. Der Alpro. Von Alpro. Ja. Pistazienmus. Einmal Schokoladenmandelmus und Pistazienmus. Dann haben wir ja den richtigen. Aber Schokoladenmandelmus wäre bestimmt auch lecker gewesen. Ja. Und das war es auch schon. Das war es auch schon. Ja. Der Gesamtpreis. Wenn wir hier irgendwo ein. Wie immer. Ja. Und wenn euch das Video gefallen. Ne. Wenn ihr die Box aufgekommen habt. Erzählt uns doch mal. War das bei euch noch kalt? Und waren diese riesigen Eiswürfeldinger noch geproben bei euch? Ehemalige Eiswürfel. Ja. Erzählt doch mal. Wie ist die Box bei euch angekommen? Ja. Und ansonsten. Wenn euch das Video gefallen hat. Dann lasst uns gerne einen Kommentar. Daumen nach oben. Abonnieren. Und Glocke aktivieren. Wie immer. Wie immer. Genau. In diesem Sinne. Einen schönen kalten Tag. Oder auch nicht so kalten Tag. Oder auch nicht so kalten Tag. Ja. Heute ist es ja nicht so kalten Tag. Wir sehen uns. Und hören uns. Bis dahin. Tschüss.